So, willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 19. Ich gebe gerade die Silageballen ab, die ich in der letzten Folge alle gepresst habe, äh Quatsch, ja, verpackt habe, keine Ahnung, sagt man so. Leicht einlenken, hier rüber, wenn sich der blöde Hack mal noch einklappen wird, werden würde, werden würde. Das wäre ganz nett, ist auch geschehen. Dann schnell weiter, noch ein paar Ballen sammeln. Ausklappen. Nicht wieder aufs Feld, nicht wieder aufs Feld. So. So. So, zwei noch. Oh, hier ist auch noch einer. Wo kam die Hällen gerollt? So. Einer ist noch hier. Und der ist auf dem Rückweg. So. Einklappen. Und ab zur Scheune. Immer müsst ihr hier lang. So. So. nochmal z nochmal z und einlenken müsste eine kurve her schon erreichen jawohl und wieder zurück also was ich mit silageballen verdiene das ist echt krank ich würde fast sagen ich verdiene mehr als auf den feldern ich muss weder kalten noch düngen noch irgendwas sonst so fantastisch man brauche halt nur die ballentechnik quadra ballen wäre natürlich super komisch alle ballen von hier hier hinten waren sonst keine weiter vier jawohl hätten wir die silageballen schonmal alle komplett ups zurück zurück ist da nur ein bisschen stroh noch und das feld ist immer noch nicht erntereif komplett aha man ups ich quetsch mal den haken wieder rein da 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 mer veya nur noch mal z und dann nochmal z Na, Z habe ich gesagt. So, dann wären wir ja hier mehr oder weniger fertig mit dem Gras. Könnte ich das Stroh noch zusammen machen? Ich lasse noch einen Hänger hier stehen, so mittendrin. Komm. Mach ich gleich doch den Auftrag von wegen Grasballenpressen. Ach, Scheiße. Wollte ich mich doch drum drücken. Wie weit wäre der Auftrag denn erledigt? Fortschritt Null. Na gut. An. An. Dann fahren wir mal. Bumm, brumm, brumm. Bumm. 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 kredit zurückzahlen auf zwölf ok also der helfer würde wirklich nur das feld machen 3 prozent und kommt dann lasst man den helfer weg dann mache ich den helfer runter an hinten runter an so runterwärts geht ja super dumm wenn alles krass ist sieht man halt überhaupt nicht wie weit das feld geht da bricht sich ein absolut berg hoch na komm 6 km h das gibt es ja nicht da zu ernsthaft darf ich wirklich nur das auf dem feld hauen kann doch nicht euer ernst sein würde ja auch ein bisschen gewinn machen hier la 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 es geht wieder mal bergauf meine güte fahr doch mal ein wenig schneller ha 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 6 km h hilfe ja 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 das kann man nicht sein hier wie breit ist das feld na komm mach noch ein bisschen mach noch ein bisschen Hm, hm hm. So... Wenn ich hier in der Spur bleibe... Schaut noch alles gut aus. Knapp. Lohnzahlung 17 Euro. Gibt's nicht. 90 Grad. 4, 4, 4. 4, 4. 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10. So, runterwärts geht's dann dafür schön fix. Ich glaube, hier kommt doch einiges an Gras zusammen. Fahrt so, fahrt so, es lässt uns keine Ruhe. Fahr nur zu, fahr nur zu, fahr nur zu. So, fahrt so. So, fahrt so, fahrt so, fahrt so, fahrt so, fahrt so. Versteigen die fora einfach nicht auf dem Weg Quiz so, einfach das抵amm. Da-la-la-la-la-la-la-la. Oh, ich sehe gerade, ich sollte mal die Folge wenden. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.